Scheiße, ich sollte echt noch mal ganz kurz Luft holen. Das sind aber auch ganz miese Granaden, die der hier abschießt. Aua. So besonders die Schaden haben wir noch nicht gemacht. Okay, und es beginnt erneut. Wow. Aber wir haben ihn fast, alles gut. So. Der droppt auch wieder hart Münzen, das ist schön. Ja. Ja. Absolut angenehm. Wer zur Hölle ist Cable? Scheiße. We haven't seen him since I run in the comics together. Oh, I love reunions. Wade, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about... Oh, God, here he goes again. He's not here ten seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting. We may want to pay attention. This good explained critical plot. The survival of Earth entirely depends on. Reinschaden machen, raushalten. Reinschaden machen, raushalten. Oh ma, genau. Reinschaden machen, rausholen. So we're all looking at you. Now, here's the critical part. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-N-A-A. Absolut Bester. Ohne Scheiß. Genau wegen solchen Szenen. Kommt noch was oder können wir weitermachen? Wusste ich's doch, ist jetzt tot oder müssen wir nochmal machen? Nee. Okay, unser absolut echtes Fangirl. Dann singen wir mal. Äh, wir haben keinen Momentum. Schau. Opa, was ist los? Jetzt haben wir einen Momentum. Die war doch mit Sicherheit irgendwo. Ich bin mir sicher, dass es die, die uns am Anfang das Parfekt gebracht hat. Was? Use Momentum now? Nein. Das hat doch jetzt keinen Sinn. Was ist denn das Cyberauto oder was hier? Hey, ich sollte mal, ich sollte mal irgendwie... Ganz kurz, äh... No? Warte mal, ich hab doch hier, äh, Granätchen. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Okay, die hätte ich eigentlich für dahinten noch nicht, aber da liegt einer an der Säule dran. Oh, das klingt wie Bones. A lot of these window lickers look the same. Suppose they're related? Could be clones. Or brothers. They're gonna be shy a few place settings next to Christmas. It doesn't matter. How did you do that? What's the noise? Oh, he's locked, should have used the fireball. Oh, da kommt eine Granate geflogen. Um den Huhn. Oh Gott. Oho, shiny! Achso, ja. Entschuldigung, ich vergesse immer, dass du noch ein Stückchen weiter hinten bist. Ja, es sah so aus und so, so pfff. So, jetzt aber. Oh, da ist noch eine. Die Wesen. Oh, nö. Komm, Fatty, Fatty, Fatty kommt wieder. Der hat doch Kollegen dabei gehabt gerade, oder? Ein, zwei Pyntchen, ja. Ah, ja. Äh wat, 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 wat... Was soll ich denn mit dem Pyntchen... Halt dir das. Was soll ich denn mit dem Pyntchen tun? 50.000, das könnten wir uns gerade so leisten eigentlich, ne? Aber wir könnten auch erstmal die Waffen kaufen. Großartig für Kombos, verbessere sie, um deine Gegner so richtig bluten zu lassen. Schnell und gefährlich, wie ungeschützt das 6 auf dem Abschlussball. YOLO. Jo, dann würde ich sagen, checken wir hier mal ein. Ausgerüstet sind die schon gleich, nehme ich an. Und, ähm, 80.000 haben wir nicht mehr. Wie könnten wir, was gibt es denn hier noch? Geht da jetzt schon was? Erhöhe Gesundheit, machen wir. Erhalte für jeden achten Treffer in Folge Gesundheit. Was haben wir hier? Lande bei jedem zwanzigsten Treffer einen kritischen Treffer. Erhalte für jeden zehnten Treffer zusätzliches Momentum. Die Anzahl aller Wurfobjekte. Äh, trage mehr Munition für jede Waffe, können wir nicht, können wir nicht. Ja gut, dann, äh, gehen wir mal wieder eine Runde sparen. Ich hätte nämlich gerne die hier eigentlich. Wobei die Shotgun bestimmt auch geiles. Was ist das hier? Landminen. Hm. Nee, ich glaube, Granaten sind schon, sind schon, das einzig sinnvolle hier unten. Mal gucken, vielleicht nachher. Ähm, genau. Da müssen wir noch den Upgrade hier machen, aber den können wir gerade nicht. Mehr Gegner mit dieser Waffe töten. Das fangen wir jetzt einfach mal an. Oh Gott, es sind zwei. Alter, wo kommen die denn her? Und dann laufen die ja noch synchron durch die Gegend oder wat? Bullets! Wie konvenient. Ha, ha, konvenient. Yo, Momentum. Die Bär, ja, witzig sind sie so total, aber ich weiß nicht, ob die sinnvoll sind, weil die musst du halt am Boden legen und dann hoffen, dass der Pfeil reinläuft am Ende, ne? Ich weiß nicht, ob das sowieso so gut ist. Aber wir könnten jetzt erstmal diesen hier tun. Das, das nicht wehrte. Ich häng fest. Es ist Party-Time! Party-Time, excellent. Gibt's hier irgendwas, was wir sinnvoll als Position nutzen könnten? Nee, die laufen einfach hinterher oder her. Äh, wat? Ist jetzt gelb oder ist weiß das, was ausgefählt ist? Kauf und selbst reinlaufen. Oh, das wär, das wär ne richtig gute Idee mal. Ich hoffe mal, dass diese beiden nicht unsere Finkgirls sein sollen. Ähm, hat der... Die Waffe ist nicht ausgerüstet, warum nicht? Achso, müssen wir so tun. Okay, dann ist er... Hä, was? Nein? Ich will die Waffe hier ausrüsten mit X jetzt. Okay. Wollen wir uns erstmal der komische Elektroschock-Typ da entdecken. Ich will die neuen Dots gehen. hihihi Der hat gerade den bösen Boom da getötet Aua, Aua Das ist echt uncool Wenn die so dicht aneinander stehen Da haben wir kaum ne Chance eigentlich Wollen wir dann auch immer die ganze Zeit so andere Heinis da spawnen Oh, meine Fresse Aua Scheiße Okay, okay, okay Kriegen wir hier Kriegen wir alles in Griff Oh, gleich nochmal Was? Wollt ihr nicht, dass das aufgelistet wird? Aua 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 Okay Hey, was ist dein Bluttype? Aua Aua Oh Gott, die machen heftig Schaden. Oh mein Gott, I'm just resting my eyes, ja. Ich muss die Geraden haben. Oh Gott. Ah, das hat vor allem besser funktioniert. Da muss die immer ein bisschen im Blick behalten. Was man sieht, wann sie ausrollen. Das ist ein Nicer-Dicer. Da war die Mauer im Weg. Glaube ich zumindest. Ich mach kaum Schaden bei dem, bei den Jungs ne. Ja, das ist immer blöd, wenn er dann so hängen bleibt. Alter. Come on, recharge! Slice and dice attack, ja. Kann gut sein. Man versteht ja manchmal das, was man verstehen möchte. Dicer, Dicer. Ich hab keine Granaden mehr. Okay. Können wir mal hier gucken. Vielleicht gibt's hier noch was schönes. Oh, da haben wir Münzen übersehen. Wollt ihr mich? Ey, 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 ey. Vor allem, ich mach bei dem so wenig Schaden, dass er noch nicht mal den, äh, Ding auflädt. Achso, das war ein Bärenfall. Äh, dass er noch nicht mal das Momentum vernünftig auflädt. Das ist ein bisschen. Hehehe, ey! Es ist Billy. Wer ist Billy? Hey! Komm mal! Hey! 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 Aber jetzt! Ich kann nicht teleporten! Vielleicht jetzt! Gernaden wäre nicht mal wieder sinnvoll und gut. Fast jetzt! Wenn ich dich töte, um ein besseres Job zu töten, die zu töten? Ich geb mir doch schon Mühe. Sag mal, heilwiesig kann das sein? Sag mal, heilwiesig kann das sein?